Erster Akkord wie der Anfangsakkord von dem, was du kennst, dann hier hoch aufs B, jetzt der Wechsel. Dann ist es der zweite Akkord, H, Des, E und As, jetzt hoch aufs H. Das ist hier B, Des, E und As. Jetzt hier hoch, aufs B wieder, wie am Anfang. Jetzt kommt... Das ist hier Des, Es und Ges. Und der Daumen dann aufs H. Und jetzt kommt... B, C, S und Ges. Ges, B, S und Ges. Mit eins, zwei, drei, fünf. Und dann kommt... B, D und Ges. Und dann geht's direkt rein in... S.